Ich bin Uwe Krüger in der sechsten Generation Albecker Fischer. Vom kleinen Jungen bis vom älteren Herrn habe ich alle Zeiten hier am Strand mit durchgemacht. Wir haben dann vor 28 Jahren unsere Fischerhütte aufgemacht, sprich Uwe's Fischerhütte, ein kleines Restaurant, wo wir unseren Fisch, den wir selbst fangen. Both sides of Uwe's family come from fishing families stretching back generations. It was his grandfather who introduced him to the craft. Ja, ich habe mit fünf Jahren bei meinem Großvater angefangen mit rauszufahren, die Seeluft zu genießen. Ich habe heute noch den Geruch von einigen Fischsorten, die wir als Kind gefangen haben. Wenn wir Stint fischen oder mal einen Stint auf unsere Netze haben, dann fällt mir immer mein Großvater und meine Kindheit wieder ein. People like Uwe are a dying breed. The beaches used to be filled with fishermen. But when we joined them in July at four in the morning, they're the only ones preparing to head out to sea. Today the catch is exclusively flounder, destined for the restaurant, the local market and other shops. Shelfs look nicely stocked, but as always appearances can be deceiving. Der Fang war heute leider nicht ganz so gut, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber so ist es eben mit den Fischen. Aber wir sind mit jedem Fang zufrieden. Und wenn man denn am Monatsende noch ausrechnen kann, dass man davon leben kann, ist es schon eine feine Sache. Aber Uwe sagt, dass Lately, Fishing-Families haben nicht mehr die Chance zu überleben. Wir können nicht mehr von den Quoten, die wir jetzt haben, unsere Familien ernähren. Für Uwe, es geht nicht nur um Familien zu beenden. Es geht nur um die Tradition zu beenden. Es geht nur um die Tradition zu beenden. Und es ist kein einfacher Weg, eine neue Generation von Fischerer zu beenden, wenn es schon schwer ist, um ein Leben zu machen. Es ist schade, dass diese Tradition jetzt zu Ende geht. Wir waren hier mal 200 Fischer alleine im Ort hier in Albeck. Und heute sind wir noch 210 in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Shortly after our visit, the EU released new proposed quotas for 2019. Uwe stands to see a 63% reduction in the amount of Herring he can fish. These stricter regulations are in place to foster sustainable habitats. To be fair, it seems to be working. Herring populations have been growing in the Baltic Sea, but the scientific community also says that the habitat needs to grow even more to ensure it doesn't collapse. It's a message that doesn't seem to have been communicated to Uwe. Wie ich schon oft gesagt habe, man muss einfach mit den Fischern sprechen. Wir, die kleine Küstenfischerei, die Strandfischerei, die paar Fischer, die hier noch sind, können den Fisch nicht wegfischen, der hier umher schwimmt. Das ist unmöglich. Man muss einfach die großen Fahrzeuge ein bisschen zurückholen und die ein bisschen ausbremsen. Aber uns als kleine Strandfischer und Kutter- und Küstenfischerei, die wir hier in den küstennahen Gewässern betreiben, wir können nichts, wir fischen das nicht ab. Wir haben keine Chance, nein. Aber man hört nicht auf uns und es spricht ja auch keiner mit uns. The winter months are coming, and with ice, it can mean up to three months of no work for Uwe's fishing crew. Less food for the family, for the restaurant, and for the market. But he'll be ready to go as soon as the weather clears. In den Winter Monaten, wenn so mal drei Monate ice is, dann wird man als Fischer schon unruhig, und steht jeden Tag hier auf der Düne, und möchte doch wieder mit dem Boot aufs Wasser. That's what Uwe and his kind were born to do. Be out on the water with the sunrise, providing for their families, being fishermen. Wir möchten nichts anderes machen, ne? Und das ist uns auch sehr viel wert, dass die Urlauber, wenn wir jetzt an den Strand kommen, an Land rankommen, dass wir den Urlaubenden auch erklären können, was das für ein Fisch ist, was man daraus machen kann. Ja, meine Hoffnung ist immer noch, sagen wir mal, dass ich das irgendwie festhalten kann. Dass ich das irgendwie noch über die nächste Generation wegretten kann.